Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Spyro. A new beginning. Oh! Hatte ich euch nicht beim letzten Mal besiegt, ja? Naja. Wieso? Hui! Boom! Hehehehe. So. Äh... Okay. Hm. Ey! Zimma... Arschloch! Okay, dann mach ich erstmal die kaputt hier. Man kann ja immer noch ein paar gebrauchen. So. Greif die Bäume an. Achso. Ja gut, mach ich gleich. Mann, dann brennt doch einfach. Ey! Okay. Sag mal... Ah, geht doch. Ah! So war das. Aha! So schnell nicht, mein Lieber. Fly Monster! Hm. Ich weiß gar nicht, wie viele man braucht. Anscheinend brauche ich noch einen. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Das war eine gute Idee. Yay! Ja! Ah! Ah! Der große Bananenkönig. Jungs! Ihr versucht es doch nicht! Na, wie wär's dort hinten hin zu fliegen? Okay. Wenn ihr unbedingt wollt. Dann werde ich euch jetzt mal ein bisschen abfackeln. Okay. Kann es mir eben bloß sofort? Oder war ich mal kurzzeitig was anderes zu sehen? Ist auch egal. Ich will mich auf das Spiel konzentrieren. Was zum... Bum! Noch irgendjemand? Ich hoffe nicht. Bum! Bum! Junge! Gegen dich will ich auch nur antreten. Hopp! Ja, komm mal schön. Hier. Du komm mal schön, Runde. Mann, wie wenig hältst du denn aus? Ein Geheimgang. Ich verwüßte wieder alles. Wie niedlich. Achso, der Weg ist schon frei. Aha. War ja klar, hätte ich mir ja denken können. Achso. Ja, klar. Ich habe ja immer noch den Feuerschwall. Du gehst schön dahin. Hey. Boah. Hehehe. Und? Du kannst dich mal mit den anderen vergnügen. Und wir beide vergnügen uns hier. Sag mal. Bei dir hat's wohl. Ich lass mich nicht gerne hier verprügeln. Nicht von dir. Also, langsam wird's echt gemein. Mann, Jungs, ihr bringt's einfach nicht. Ihr seid lame. Noch wer? Ach, du. Ja, warte, ich komm. Ich komme. Hey! Na, fein. Okay, äh... Ach, da! Da geht's weiter. Ah. Ich frag mich das jedes Mal, obwohl ich's eigentlich weiß. Ach, nö. Hey! Hm. Ihr könnt mich damit nicht beeindrucken. Okay. Ich bin auf die andere Seite. Ah! Mehr wollte ich gar nicht. Okay, Jungs. Ich kann mich um euch kümmern. Oh, ne. Der ist der, ne, 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 ne. Okay. Okay, ihr seid schon etwas... ...von etwas ähteren Sorte. Sag mal. Du bist auch ein dummes Arschloch. Oh, na, 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 na. Jetzt wusste ich, warum ihr so schwer... ...so schwer seid. Ey! Arschloch. Okay. Mann, seid ihr dummer Affen. Alter. Alter, ich hab da hinten noch was gesehen. Okay. Jetzt kann ich mich um euch kümmern. Und? La 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 la. Fly. Mann, was typst du denn hier unten umher? Du bei Pelle. Also. Wo war ich denn gebieten? Ach, ja. Okay, wenn ihr unbedingt wollt. Ich hab euch ja gewarnt. Aber, ihr wolltet ja nicht. Okay, dann bin ich mal weiter. Du... Geradeaus. Geradeaus war glaube ich nicht. Außer das. Hehehe. Okay, bevor ich mal kurz weitermache. Ah. Ich kann meine Elemente erhöhen. Und dazu sind auch diese lilafarbenen Steine. Die geben euch diese olle Geisterenergie und so. Ah, genau. Ich hab's bisher nie geschafft, alle... ...äh... ...vollzukriegen. Ich glaub, dazu müsste ich auch einen zweiten Durchlauf starten. ...äh, gell. Weide. Ich kann euch an, dass eine Katze hinkommt. Ha. Spyro, geht's dir gut? Okay. Yeah, wir haben das Elektro... ...Atem-Element. Cool. ...ah. Man. Ihr seid auch lästig. Richtig lästig. Okay. Mann. Ich will doch bloß da was machen. Und ihr haltet einen jedes Mal davon ab. Ja. Okay. Das war zwar anders. Dann wollen wir uns mal ein bisschen beeilen, ne? Ja. Ich brauche ein bisschen... ...näckig. Mann. Ihr... ...nervt. ...näckig. Aha. Was? Willst du? Olla, Arschgeige. Ui. Muss sagen... ...großes Level. Und warum vibriert man die Kontrolle? O... ...k... ...hahaha. Oh, seid ihr Affen dämlich. Ich liebe euch Affen. Aber euch hasse ich. Ah. ...haha. Ja, nur scheiße, dass das... ...auf die Energie abgeht. ...haha. Hehehehe. Okay. Ich könnte mal wieder das Feuer in der Menge brauchen. Ah, so geht's doch leichter. ...haha. Oh, ne. Uh. 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 Oh, ha. Verbrennen. Ey. Das ist irgendwer so viel auf ein. ...haha. Ah. Man. ...haha. Woa. Ah. ...haha. ...haha. Guck mal Komm doch, endlich Löse Mistvieh Wie ich diese Mistviehe hasse Ich hoffe, dass Okay, ich hab nichts Doch, ich hab was gesagt Okay, es ist schon wieder leise War wohl mal wieder zu laut Wat? Ah, elektrisiert Ich mach euch mal kurz fix alle Runden Okay Zu viel des Guten Also, einen Augenblick Haben wir, glaub ich, gleich wieder Oder auch nicht Was ist hier jetzt schon wieder faul Ach man, immer diese Technik Ah Ah Hey Oh man Ich werde den Rest dieses Levels lieben Äh Okay, gehen wir aus Glaub ich hätte auch unten durchgehen können Hey, hab doch keine Angst Ich will doch bespielen Okay Okay Äh Ey, das find ich jetzt unfair Extrem unfair Ah Burn 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 Hehehe 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 Was hat ich hier von einem Lagerfeuer Du schon wieder Du schon wieder Du bist der Erste, der drauf geht Glaub mir Okay Du Dauer Dauer Asse Oh Okay, das wird, glaub ich, ein einziger Fehlendurchlauf Ich glaub, als erstes musst du mal hier drauf gehen Ey Ich hab doch den Schmal Warum setze ich den Schmal nicht gleich an Also wirklich Manchmal Da hinten haben wir noch was Ich hab nicht Ich hab' Untertitelung des ZDF, 2020